Musik Angruß vor der Zimmererde am Volkantall Neuhondern der Zimmererde am Volkantall Neuhondern Sie wissen, dass die Zimmererde am Volkantall auf dem Computer stehen, man sieht es besser, wo es in Londres geht oder die Autos, wo es in einem Weg geht wo in New York Das Neue ist, dass, wo dieser Zimmererde alle unsere Celle und alle die Luzern auf die Welt und wir selbst waren so weit von Lund man schaut, mit der Klummaß weißes Örgle aufgehängt auf dem Auge vom Haus von Dokumentationszentrum was da ist noch, so wie man würde in einem Kanton wo unser Lund so will das bei Werat im Propos sehen Dieser Webcam ist da erst auf die ganzen Hohe Ebene und mit diesem Apparat kann man sehen ob es die Sonne ist oder der Nebel ob es der Neue ist wie der Schnee ist oder ob es die Elbe so ein Gitter wohl Lörfer Wer im WC schoniert mag hat auch gern sehen wo der Falle morgen schleiftet auf die Spitze von Kampanile oder noch besser mag er auch schauen die Sonne oder die Erfolge hinter unseren Pern In Sellen wo der Hange mochte wo die Ambeid von Lund in Aramborta hat man geschrieben Lettern und Kartolini die Zeit però noch wo er bei der Schrauben und die Schrauben sind in den 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 der den 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 Das ist ein Applaus für die Leute, die sich auf Internet anschauen, auf dem Website von Kulturinstitut oder auf www.luzern.it oder, wenn ihr eine Zeige auf YouTube geht, wo man auf der Seite denkt, wo man die größere, ungekennete Webseite, Internet, wo Video, wo der ganzen Welt ist. Also, du schreibst etwas, etwas Sport oder etwas mehr, als so gehend auf YouTube, zu machen, ausspringen, bloß Video, wo der rennt, wo uns. Die meisten sollen kurze Video, auch nun von Zimbaerde oder Video, wo der Zimbaerde hat nicht gemacht, so ein Ganz. Oder noch Video, wo der rennt, wo uns, und so ein Kenkezoget, diese Jahr. Video mit Musiker, Sport und so Wörsen. A klummener Television, da wir unsern, wo das Magge machen kennen, in der ganzen Welt auch. Sie ist das Applauschart an ganz einem Monat. Sie schießt, zunter, würzern, wo februar, wenn da, von Televisionen, von Luzern, in dieser Woche, an der Kanal Rete 4. Zu segern im Bildach, bereits schießt, genümmert auch einen digitalen Terrestri, in Apparat, wo man so viel redet, aftale Digiornel und Televisionen. Die meisten, bei der Zimbaerde, haben wir unsern, aber auch noch geteilt. Und dann, wenn wir unsern, wo der Zimbaerde oder der Kanal, wo der Zimbaerde oder der Kanal, wo der Zimbaerde, wo der Zimbaerde, riefen und gerecht, bei der Zimbaerde. Und dann, wenn wir unsern, haben wir Glück, zäger im Finonkio, und im Palon, wo der Zimbaerde O. Sägen, wo das so in die Repetiteure. In Ottobre, da ein Signal von einem Kanal, kamen, wo die Zimbaerde, wo die Zimbaerde, wo das so, wo wir alle Zimbaerde in digitale. Aber da ein Signal, wo die Zimbaerde, wo die Zimbaerde, wo die Zimbaerde, wo die Zimbaerde, wo die Zimbaerde... Dico che sicuramente la partita è molto complessa per una regione piena di montagne come la nostra. Se pensate che in pianura padana basta un grosso, un paio di tralicci, insomma, di grande potenza per coprire territori molto ampi e servire popolazione di milioni di persone, da noi ci vogliono 100 circa tralicci per emittente per coprire mezzo milione di abitanti. Quindi, insomma, è una sfida anche economicamente impegnativa. Però la provincia, assieme alla RAI, assieme alle emittenti private, sta lavorando sodo per far sì che a ottobre, quando ci sarà lo switch-off, viene chiamato così, cioè il cambiamento totale della tecnologia dall'analogico al digitale, cosa che è avvenuta soltanto per due emittenti e per i territori di Trento e di Rovereto il 15 febbraio scorso, e appunto, quando ci sarà questo switch-off, cercheremo di fare in modo, e saremo sicuri che ci riusciremo, che la copertura sarà uguale a quella di adesso, e se possibilmente anche qualcosa di più. Per cui c'è speranza anche per le piccolissime comunità che, magari dal punto di vista commerciale, hanno poco interesse, poco valore. È giusto il discorso del commerciale, perché in effetti gran parte della televisione, soprattutto la TV privata, i network nazionali, poggiano su un rapporto tra pubblicità, eccetera. Noi, così pochi come siamo, possiamo essere poco appetibili, però per fortuna abbiamo un'autonomia che sa che la comunicazione è importante per mantenere l'identità, per mantenere tradizioni, per offrire anche opportunità di sviluppo. Quindi il discorso commerciale viene sicuramente meno rispetto a dei valori che noi ci impegniamo a difendere. Dico però una cosa, il digitale terrestre sarà una sfida impegnativa, ma potrà garantire dei vantaggi, perché come tecnologia fa sì che il segnale sia più facilmente replicabile attraverso i normali tralici, convertiti naturalmente, e attraverso le normali antenne televisive. Questo comporta dei vantaggi, ci sarà minore inquinamento elettromagnetico, una qualità di audio e soprattutto di video migliore, e la possibilità di avere più canali e soprattutto di veicolare non soltanto segnali video, ma anche quei segnali che alimentano i computer, per cui comunicazioni di tipo internet. Credo che sarà una bella scommessa. A Slusern abbiamo provato un'azienda di banca, ma che è un'azienda di cannella, di Rete 4 più 1, Rai 4, Rai Storia, Rai Sport, Rai Gulp for the Kinder, Rai News 24, un'azienda di cannella. Un'azienda di banca è un'azienda di banca, ma che è un'azienda di cannella, TCAO. In questo modo, credo che l'azienda si sapeva spesso vorale del disegno, o che sarebbe un'azienda di un'azienda. Da credere che non si sapevo ne applicare le antenne, dove si sapevo, potesse attraverso le imprese, un'azienda di un'azienda di televisione. Ora in questo modo ha chieditato come si sapevo, ma anche non hanno sovrappato o uscire. In questo modo, per esempio, si può farlo in più, così dove tutti si sapeva. wo er lehrt das nette und wo er das so in der Solache o. Breite und sonst wo der Buch oder Kind, Katria und das Luzern, wo er sich halten an Convenio zu gedenken in Elvio Fachinelli, wo er gelebt hat bis 7 Jahre zu Luzern und ist gestorben wo 22 Jahre. Der Convenio wo erhebt an Breite und Morgas di 10,5 in die Fakultä wo Lettere e Philosophia in via Santa Croce, Katria, Aula 1, um bo da Zerift als Luzern an Zonsta in Tages, Hoast, nel secolo della psicanalisi, Elvio Fachinelli e la domanda della Sfinge. Dies abbo in die Biblioteche von Lavoroso in doghe heeft zboa kursse, umandar bo inglese elementare intermedio, umandar bo teutze. Berdabolla gianzolirna is no pazzaiten in so schreibase, in der Biblioteche von Lavoroso in nummer 046478383 zboa. Wenn Sie Lavoroso in die Biblioteche von Lavoroso in 1. April, dann hat er noch ein kursus von Informatik von Lavoroso in der Biblioteche von Lavoroso in Kursse, umandar bo inglese, umandar bo inglese in der Biblioteche von Lavoroso in der Biblioteche von Lavoroso in der Biblioteche von Lavoroso. Wir sehen uns die Geburt wo der Kind, Assar Wöld, an Gruuas von Stefano Mungalen.